hallo und herzlich willkommen liebe leute zu einem neuen video und heute ist es ein relativ ernstes video und ich werde es sehr kurz halten und zwar hat das ganze hier nichts mit dem advents kalender zu tun sondern eher mit den lieben rené und zwar hat der rené ein kleines problemchen was sie hier jetzt was ich jetzt erläutern werde weil ich ihm geholfen habe ihr seht rené ist auf der blockierliste ja wir haben nicht so viel streit dass wir uns schon gegenseitig blockieren so weit ist es noch nicht das problem ist folgendes ist heute heute als wir noch im ts war ist er aufgegangen hat gesagt er legt sich hin und ungefähr zehn minuten später nee nicht zehn minuten eine halbe stunde später weil ich habe noch essen gemacht schreibt mich jemand in lol an und es war rené und ich dachte okay rené will vielleicht spielen und dann schreibt dies hier vote to me dann ein link are you finnisch fragezeichen dann frage ich warum schreibst du auf englisch und er schreibt er ich möchte lernen dort punkt d ja allein der fakt dass rené zu mir auf englisch schreibt war schon verdächtig plus minus dieser link ja ich habe diesen link dann raus markiert bin ins internet gegangen total virus geöffnet habe ihn gemacht also reingeballert ja die erkennungsrate war 2 zu 66 auto shan und bit defender haben mailware herausgefunden und die anderen sagten cleane seite die seite ist eigentlich auch clean nur wenn ihr jetzt seht hier sind sind wir auf dieser website hier seht ihr die noch mal und hier kann man eingeben sein in use blablabla account so und er wollte dass ich mich hier einlogge das habe ich aber nicht gemacht weil ich gedacht habe diese e mail adresse ja die kann schon mal nicht stimmen weil diese e mail adresse log webs punkt co punkt v u slash bg blablabla ist definitiv nicht die offizielle lol seite deswegen habe ich das nicht gemacht ja und bin deswegen scroll am besten mal ganz runter und geht auf ihn wie so ein reiter zum beispiel support ihr werdet niemals zum support kommen ihr werdet entweder immer wieder zu dieser startseite kommen oder es wird einfach nichts passieren wenn ich mir jetzt auf seinen 1 gehe dann kommt ein error zeichen das würde niemals kommen auf der offiziellen lol seite und deswegen musste ich relativ schnell okay gut das ist ein fake ich habe den weiteren verlauf zwischen uns jetzt nicht fotografiert auf jeden fall habe ich ihm geschrieben dass ich right informieren werde und dass er nicht mehr viel chance hat von chancen hat in irgendeiner form renes account weiter zu behalten rené war es wie gesagt krank momentan der hat hatte nicht wirklich die möglichkeit jetzt lange und intensiv am pc zu sitzen deswegen habe ich das ganze übernommen habe versucht ein passwort zu ändern es ging nicht weil der hacker schon die e-mail-adresse geändert hat und dann habe ich ein tolles video gefunden mal gucken da habe ich das eingegeben gegoogelt und habe dieses video gefunden von mr mike ap grüße an dich wenn du das siehst du warst echt eine unglaubliche hilfe und er hat gesagt wir sollen erst mal versuchen das e-mail über die e-mail-adresse zu ändern oder das passwort zu ändern und dann bin ich hierauf gestoßen ja und habe das hier diese seite und habe all das hier das hier ausgefüllt bin ich auf diese diese adresse gegangen und habe für rené mit rené denn mit ihm habe ich telefoniert zwischendurch habe ich mit rené das alles hier ausgefüllt ihr könnt das jetzt mal sehen ich werde weil sie es wahrscheinlich nichts mehr ausgefüllt aber wir hatten ordentlich was zu tun ja das ist ja noch nichts was wir hier sehen und jetzt geht es richtig los das alles haben wir ausgefüllt bloß und minus das hier und haben es abgeschickt wir hoffen natürlich jetzt dass rené seinen account wieder kriegt und jetzt noch mal die bitte an jeden die der von rené angeschrieben wird mit diesem mit dieser sache hier vote to me blablabla ja das ist ein hacker geht nicht auf die website gibt nichts ein gibt keine irgendwelche account daten raus ja versucht am besten ein sicheres passwort zu haben und wechselt zwischendurch mal euer passwort ja weil es ist wie gesehen wie gesagt ich habe renés passwort mitbekommen und muss sagen man kommt da so schnell nicht drauf ja die kombination war halt jetzt nicht unbedingt glücklich gewählt von rené aber trotzdem waren viele verschiedene buchstaben und zahlen in dem passwort drin und deswegen der hacker hat es trotzdem in irgendeiner form herausgefunden und hat seinen account gehackt und ja jetzt ist sein account erst mal weg wir hoffen natürlich dass riot in irgendeiner form rené den account wiedergibt wir halten zum wir hätten zwar noch in irgendeiner form beweismaterial wie zum beispiel videos wo rené mit seinem account spielt aber wir hoffen natürlich das beste dass wir es jetzt so schaffen gut das war's mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen und hat euch geholfen behaltet europas wörter und alles so bei euch und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag bis dahin leute ciao und